Hi, in diesem Video lernst du drei Tipps, wie du in Archicad eine organisierte Dateistruktur auch im Abgabestress führst. Ich zeige dir vor allem, wie du Ebenenkombinationen erstellst, die Ausschnittsmappe anlegst und schnell einheitlich deine Zeichnungen layoutest. Als kleinen Disclaimer vorweg, ich zeige dir hier nur Beispiele, wie du deine Datei und deine Layouts anlegen kannst. Natürlich variieren Layouts und die Dateistruktur je nach Projekt und nach persönlicher Präferenz. Ebenenkombinationen helfen dir dabei, mehrere Ebenen gleichzeitig ein- und ausschalten zu können und Einstellungen der Sichtbarkeit abzuspeichern. Hier siehst du ein Beispielmodell in 3D modelliert. Archicad weist automatisch jedem Bauteil und jedem Objekt eine Ebene zu. Wir gehen direkt ins Ebenenmenü über STRG L oder CMD L. Hier siehst du alle Ebenen in deinem Projekt, welche thematisch gruppiert sind. In diesem Tutorial fokussieren wir uns auf die Möblierung und wollen die dazugehörigen Ebenen ein- und ausschalten. Damit wir nicht jedes Mal alle Ebenen einzeln an- und ausschalten müssen, können wir Ebenenkombinationen einsetzen. Diese siehst du hier im linken Feld. Wenn du eine Ebene anklickst, kannst du hier über diese Augen sehen, welche Ebenenkombination diese einzelne Ebene angeschaltet hat. Wenn eine Ebenenkombination grau hinterlegt ist, heißt das, dass diese momentan aktiv ist. Wir wollen jetzt eine neue Ebenenkombination erstellen, nämlich für die Möblierung. Es sind automatisch alle Ebenen innerhalb der Ebenenkombination sichtbar, die während des Erstellens auch sichtbar sind. Klicken wir nun unten auf OK, können wir hier unten sehen, dass die neue Ebenenkombination angeschaltet und die Möblierung im Grundriss sichtbar ist. Du kannst auch noch im Nachhinein die sichtbaren Ebenen einer Ebenenkombination ändern. Hierfür erstellen wir eine neue namens ohne Möblierung. Da wir die Möblierung nicht im Voraus unsichtbar gemacht haben, ist die Möblierung noch in der Ebenenkombination zu sehen. Um das zu ändern, wähle ich unten die Kombination ohne Möblierung als aktiv aus, gehe ins Ebenenmenü und stelle nun die Möblierungsebenen auf unsichtbar. Klicke ich jetzt unten links auf Aktualisieren, wurden die Ebenen der Möblierung für diese Kombination ausgeschaltet. Wichtig ist, nach jeder Bearbeitung auf OK zu klicken. Nun kann ich unten im Bedienfeld ganz einfach zwischen den Darstellungen unmöbliert und möbliert hin und her switchen. Welche Ebenenkombinationen für dein Projekt sinnvoll sind, merkst du in der Regel schnell während der Bearbeitung. Die Ausschnittsmappe findest du oben rechts. Sie dient dazu, Darstellungsoptionen wie zum Beispiel Maßstäbe, Ebenenkombinationen und grafische Überschreibungen zu speichern. Wenn du im Arbeitsbereich arbeitest, dann wird die ausgewählte Darstellung automatisch auf allen Geschossen angezeigt. Willst du zum Beispiel den Maßstab am Lageplan auf 1 zu 200 ändern, so sind automatisch auch die Grundrisse jetzt im Maßstab 1 zu 200. Dieses Problem kannst du umgehen, wenn du die Ausschnittsmappe verwendest. Klickst du in diesem Bereich auf den Lageplan, kannst du deine Darstellungsoptionen wie gewohnt auswählen. Hast du das gemacht, kannst du mit einem Rechtsklick auf den Lageplan klicken und Neu definieren mit aktuellen Fenstereinstellungen auswählen. Jetzt sind deine Darstellungsoptionen für diesen Ausschnitt gespeichert. Nützlich ist eine Ausschnittsmappe auch, wenn du den gleichen Grundriss aber mit unterschiedlichen Ebenenkombinationen zeigen möchtest, zum Beispiel den Grundriss mit und ohne Möblierung. Hierfür passe ich die Darstellung zunächst im bestehenden Grundriss an, genauso wie ich es beim Lageplan auch schon getan habe und achte darauf, dass die Ebenenkombination Möblierung aktiviert ist. Bevor ich den Ausschnitt anlege, erstelle ich mir noch einen Unterordner für alle Zeichnungen ohne Möblierung. Ich empfehle dir, deine Zeichnung immer direkt zu benennen und den Unterordner zu platzieren, damit deine Datei übersichtlich gestaltet ist. Welche Gruppen und Zeichnungen du für dein Projekt benötigst, variiert von Mal zu Mal. Um jetzt den gleichen Grundriss noch einmal ohne Möblierung zu speichern, erstelle ich einen neuen Ausschnitt in der Untergruppe ohne Möblierung. Hier kann ich von Anfang an meine Darstellungsoptionen auswählen. Um den Grundriss ohne Möblierung zu erstellen, wähle ich die entsprechende Ebenenkombination aus. So kann ich ganz einfach Zeichnungen mit ihren Darstellungen abspeichern. Jetzt, wo wir die Zeichnung mit verschiedenen Darstellungen und Ebenenkombinationen erstellt haben, können wir das Layout vorbereiten. Im Layoutbereich gibt es zwei Bereiche. Der hell hinterlegte obere Bereich dient zum direkten Arbeiten am Layout. Hier fügst du auch deine Zeichnungen ein. Der dunkel hinterlegte untere Bereich besteht aus den Masterlayouts. Diese dienen als Grundlage und Formatvorlage für deine finalen Layouts. Für mein Beispielprojekt möchte ich alles auf den A4 Seiten mit einer automatisch generierten Beschriftung layouten. Wie auch bei den Ebenenkombinationen und bei der Ausschnittsmappe variiert das Layouten je nach Projektumfang, Projektanforderung und auch persönlicher Präferenz. Ich zeige dir hier nur anhand eines Beispiels, welche Möglichkeiten zum effizienten Layout in Archicad dir im Layoutbereich bietet. Zunächst lege ich mir ein neues Masterlayout an und benenne es beispielsweise DIN A4 mit Rand. In dem Menü stelle ich das Format, die Ausrichtung und auch den Rand ein. Hier vergrößere ich den Rand nach unten, da ich dort meine Beschriftung platzieren möchte. Jetzt klicke ich unten links auf Erstellen und kann nun mein Masterlayout unten in der Liste finden. Mithilfe eines Doppelklicks gelangst du auf das erstellte Masterlayout. In diesem Bereich kannst du allgemeine Einstellungen für das Format vornehmen. Für meine automatisch generierte Beschriftung ziehe ich zunächst ein Textfeld an dem unteren Rand meines Masterlayouts. Klicke ich nun mit einem Rechtsklick auf das Textfeld und wähle Autotext einfügen aus, kann ich aus vielen verschiedenen automatischen Beschriftungen auswählen. Ich wähle hier in meinem Beispielprojekt als erstes den Zeichnungsnamen. Wichtig ist immer auf hinzufügen zu klicken. Als zweites füge ich noch den Maßstab hinzu und passe den Text noch ein bisschen auf das Layout an. Bevor ich nun mit dem eigentlichen Layouten anfange, erstelle ich mir noch einen eigenen Unterordner, in dem ich alle meine Zeichnungen layouten kann. Ich nenne diesen hier Betreuung. Du wirst beim Arbeiten schnell merken, welche Layoutstrukturierung für dein Projekt sinnvoll ist. Jetzt erstelle ich mir ein neues Layout für meinen Grundriss-EG und wähle mein erstelltes Masterlayout aus. Da wir die Darstellung dieser Zeichnung schon in der Ausschnittsmappe festgelegt haben, können wir diese ganz einfach in das Layoutbuch hineinziehen und auf das Blattformat anpassen. Hierdurch hat sich automatisch auch die Beschriftung des Layouts geändert. Nun möchte ich den gleichen Grundriss nochmal ohne die Möblierung layouten. Hierfür erstelle ich mir genauso wie zuvor ein neues Layout mit dem Masterlayout. Damit ich garantieren kann, dass beide Grundrisse genau an der gleichen Stelle der Seite platziert sind, kopiere ich als erstes die schon gelayoutete Zeichnung. Diese füge ich dann auf meinen neuen Layout ein. Klicke ich mit einem Rechtsklick auf die Zeichnung, kann ich im Menü Zeichnung verknüpfen mit auswählen. Jetzt verknüpfe ich das Layout mit der Zeichnung ohne Möblierung in der Ausschnittsmappe. Wenn ich jetzt zwischen den beiden Layouts hin und her wechsle, dann kann ich sehen, dass beide genau an der gleichen Stelle platziert sind. Jetzt kannst du ganz einfach deine Pläne einheitlich layouten und publizieren. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und viel Spaß beim Nachmachen. Dann mache ich das. Untertitelung des ZDF, 2020